Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Panzerspiel. Diesmal im Gebiet Drustvar, an dieser Position. Diese Weltquest gibt es ja in jeder Zone von Battle for Azeroth, soweit ich weiß. Also auch auf den Horde Zonen. Wenn sie hier in Drustvar ist, kann man entweder von diesem Flugpunkt starten und hier hinunterlaufen, oder von Koblar, oder von hier an der Küste entlang, oder von wo ganz anders ist kann es euch überlassen. Hier sieht man den Hang wo ich hinuntergelaufen bin, und hier sieht man schon Sammler Kojo, bei dem startet man die Weltquest. Mache hier auch nochmal die Map auf. Spreche ihn an und sage ich bin bereit. Und wie in allen anderen Zonen bei dieser Weltquest, würde ich diese Panzer immer nach der Reihe öffnen, also von links nach rechts. So merke ich mir am leichtesten, was wo ist, also Engel, Blub, Schildkröte, Pistal, Blub, das war als zweites, Zähne, Hut, Kugel, Kugel, Schildkröte, war das das zweite? Jawohl. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr wo was ist, weil ich doch schon mittlerweile viel aufgedeckt habe, Pistal war nicht als zweites, ich glaube das erste war er, jawohl, gut war hier das, jawohl, Roboter war, nein das erste war Engel glaube ich, das sind die Zähne, hatte ich überhaupt schon einen Roboter, glaube ich nicht, Gugel, Engel, ok, jetzt habe ich zumindest das schon mal, ah Roboter hatte ich nicht, aber jetzt habe ich es, Gugel und jetzt logischerweise die letzten zwei Panzer und Weltquest ist abgeschlossen, wie gesagt ist jedes mal das gleiche, nur andere Positionen, danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen bei eurem Problem mit dieser Weltquest, ciao Amen